Gucken wir mal. Steht doch bis 5 wieder, ne? Ja. Jetzt ist es ausgegangen, das Shoot. Ja, ja, und jetzt haben wir das Ding. Ah, wir haben das schon. Wir haben unsere Netzwerfer. Wann geht's los? Funnies? Und wir müssen noch da hin. Ja, wir können damit skripten. Ja. Surfen? Sag mal, sind die bescheuert? Geh doch nicht surfen. Du meinst rechtsklick hilft? Rechtsklick, ja. Da musst du vorne in die Nase sein. Meistens. Oder seitlich. Okay, mit... Ja, wir müssen jetzt hier die Spuren umgehen. Also ich muss nicht mit einer Hinterläufe treffe. Ich muss mich nicht umdrehen. Ich kann direkt... Mit Hinterläufe seitlich oder von... die Nase von dem sein so. Ja. Schau mal. Ich hoffe, wir töten sie nicht. Ist irgendwie eine andere Perspektive auf einem Pferd. Seid ihr alle da? Ich will diesmal nicht zu schnell sein. Ja. Die fliegen, ne? Da sind wir. Ja. Oh, es klappt, ja? Hier! Mitte! Du musst die Tudas ausschalten. Tudas! Guck! Okay. Ja klar. Warum nicht? Die wollen jetzt surfen gehen. Sind die bescheuert? So, wenn das Torpo voll ist, dann an... So, jetzt mit der Gun. Oh, krass. So, dann versuchen wir mal... Hör auf! Hab ich die? Ja, aber wir müssen ihn doch jetzt catchen. Ah, ja! Nice work! Ich setze diesen einen für analysis. Oh, das sind... Da ist noch ein grüner, irgendwo. Der muss auch ein Netzwerfer raus. Wo ist mein Pferd? Daneben hat gestanden. Neben Triceratop. Nice work! Ich setze diesen einen für analysis. Daneben Triceratops bei. Okay. Ach, komm schon. Raptor weg! Ich hab... Zwei Raptors hier bei mir. Oh, wo ist der andere Pferd? Oder 30er. Nice work! Ich hab's mit der Gantenschutz mit... Okay. Wo noch? Okay, einer noch. Einer noch. So, sie kommen... Oh... Schaffen wir das? Es gibt ja noch... Die sind dann bei der nächsten Zone. Was? Okay, zurück zum Punkt. Kein Problem. Ich meine, jetzt geht's zum nächsten Punkt. Okay, wo ist das? Warten wir erst? Ja, zu den Trecks. Wir haben da noch drei... Ebenen. Was? Vier Stück muss man noch. Ja... Dann sind sie... Ah... Wir laufen. Die Räuber erst mal schnell weg. Ist ein Pferd denn was? Ganz alleine? Ne, das war ich. Achso, du bist da drauf. Ich hab grad ne... Oh, ich seh dich noch da ja. Räuber. Ich bin jetzt nicht. Oh, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Achso, ich bin jetzt. Oh, das ist mir spannend. Ich komme, ich komme. Oder? Ja, vor mich. Geschafft? Hier sehe ich noch einen, nein, gelben, die nicht gefangen ist. Ihr braucht alle Pferde. Es macht so laune auf dem Pferd rumzureiten. Der treffe ihn nicht, MK. Der gelbe läuft noch herum. Ja. Boah, der Pferd. Nice work! I'll send this one aside for analysis. Wir haben alle, oder? Hm. Turft! Wir haben es geschafft! Hm. Lustig! Nein, Moos. Zurück zum Swinster, Männer. Pferde sind geil. Da, okay. Warte, geh zur Basis, hol aus meinem Schrank das Männchen raus. Ist safe. Okay. Dann kriegen wir sogar noch einen Buff. Dann dürfen wir vielleicht mehr Schaden machen. Ents- Und... Dann gehen wir mal durch.